Wie soll es mir gehen? So, Geiger, wie geht es dir? Wie soll es mir gehen? Wir haben leider nur 1-1 gespielt, haben die Chancen nicht genutzt. Wie soll es mir gehen? Ich hätte lieber drei Punkte, ganz klar. Ja, schon war es vorab. Ich habe eher gemeint, die Gesundheit mit dem Zustand. Weil du hattest ja die Trelle. Gesundheitlich geht es mir wieder besser. Ich habe Muskelfaserriss im Beckenbereich gehabt und es ist jetzt so weit abgeheilt. Und so weit geht es mir gut. Aber im Endeffekt ist es wichtig, was wir als Mannschaft jetzt auf dem Platz machen. Ich habe noch nicht jede einzelne. Und da läuft es im Moment nicht gut und da müssen wir schnell zum Glück wieder rauskommen. Ja, heute nochmal mit einem Punkt den Kopf ganz, ganz knapp aus der Schlinge gezogen und einen Punkt gerettet. Um das Klipp und klar zu sagen, ihr seid ja mitten im Abstiegskampf. Was macht man jetzt? Wie stellt man sich jetzt darauf ein? Ja, wie soll man sich einstellen? Wir müssen jedes Spiel kämpfen und versuchen das Beste daraus zu machen und zu gewinnen. Das ist ja ganz normal. Ich meine, wir können ja nicht hinstehen und nichts machen und keine Ahnung. Es ist zum Abstiegskampf oder oben spielen. Wir müssen versuchen einfach die Spiele zu gewinnen. Das ist ja ganz normal. War vielleicht nach der erfolgreichen Hinrunde der Druck ein bisschen zu groß, als dann auf einmal überall vom Aufstieg geredet wurde? Keine Ahnung. Ich denke nicht, dass der Druck unbedingt zu groß war, aber wir sind schlecht in die Rückrunde gestartet und dann gibt es natürlich nicht gerade viel Selbstvertrauen und das sieht man dann auch. Und ich denke, wir haben trotzdem heute versucht, das Spiel zu drehen, was phasenweise vom Spiel okay war und phasenweise nicht. Aber wir müssen uns versuchen zu verbessern und schauen mal aufs nächste Spiel und holen auf. Wir brauchen da nicht mit Angst nach Eversberg fahren, weil das bringt eh nichts. So holen wir nichts. Wir versuchen da auch ordentlich aufzutreten und gucken, dass wir da was mitnehmen. Ja, Eversberg, wie du schon angesprochen hast, der ein starker Gegner, auch mit einer starken Sturmabteilung. Reis, der Lego ist ja jetzt auch dort mit dabei. Wie stellt ihr euch da rein? Gerade das Abwehr-Reihe. Dicht stellen wieder oder wieder mit der Aufdrücken? Nein, wir stellen uns wie ganz normal, wie auf jedes Spiel auch rein. Und wer da jetzt kommt, ist im Endeffekt scheißegal. Wir müssen gucken, dass wir dagegen halten, dass wir kämpfen, dass wir das Spiel irgendwie gewinnen, wie es im Endeffekt jetzt in der Situation ist. Wir stellen ja gerade immer die Fragen, wenn der Waldhof es über die Saison hinaus schafft, die Klasse zu halten. Würdest du dann gerne noch hierbleiben? Ich kann es mir sicherlich gut vorstellen, aber wir haben jetzt noch keine Gespräche und dann muss man jetzt mal abwarten, was passiert. Okay, dann alles Gute. So, wir haben jetzt heute mal wieder Franzin im Interview nach langer Zeit. Wie geht es dir denn persönlich? Ja, für mich mein Fuß ist ein bisschen problematisch. Ich weiß nicht ganz, was es ist. Die erste Diagnose war Innenbandzerrung und Außenflöschel geprellt. Aber am Dienstag habe ich jetzt nochmal einen Arzttermin. Dann gehe ich ins MRT und dann schauen wir mal, was passiert. Oder was ist. Ja, du machst ja zur Zeit noch eine Ausbildung, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, ich mache nichts mehr. Nichts mehr. Liegt da vielleicht was daran, wegen, man munkelt ja im Umfeld. Tuchel wäre öfters wieder, man hat ihn schon gesehen, und Mainz wäre an dir dran. Kannst du was dazu sagen? Ich kann dazu sagen, dass ich das auch schon mitbekommen habe. Aber mit Gesprächen oder irgendwas habe ich noch nicht. Ich habe bis 2014 einen Vertrag hier beim Waldhof. Und ja, zur Zeit ist es noch nichts. Ja, du warst ja gegen den KSC auf dem Platz. Ja. Wie war es denn so für dich vor so einer Kulisse zu spielen? Ja, die Kulisse war richtig geil. Also, das war ein Traum von jedem Fußballer, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Und man kennt ja von den Waldhof-Fans, dass sie auch generell geile Fans sind. Und die haben uns da gut unterstützt. Und ja, schade, dass wir verloren haben. Würdest du es dann vorziehen, wenn dann wirklich jemand anfragen würde, dass du dann auch mal öfters vor so Kulissen spielen würdest? Sprich, zweite Liga, dritte Liga. Oder doch lieber bei uns bleiben. Ja, ich bin der Mann in Mappu. Am besten mit dem Waldhof in die ersten Liga. Also, das wäre schön, Waldhof in die ersten Liga. So. Noch eine Frage. Es läuft ja gerade nicht so gut. Würdest du gerne jetzt gerade mit der Verletzung auf dem Platz rennen und dann selber da mitspielen und den Lungs helfen? Ja. Heute habe ich mitgefiebert und habe man die manche Aktion, die man gesehen hat. Das ist von oben auch noch. Das sieht man immer anders als auf dem Platz. Und klar, wie will man dann spielen? Ja. Du bist ja nach wie vor führender Torschütz oder Torschützen-Primus beim Waldhof mit fünf Treffern. Was für Tipps würdest du denn deinen Kollegen im Sturm geben, dass sie mal wieder treffen? Heute hat ja Hess wieder ein Tor geschossen und gerade noch gerettet. Was für Tipps? Ich bin kein Stürmer. Normalerweise bin ich ein Links-Mittelfeldspieler oder so. Sowohl aus der Not raus bin ich zum Stürmer unfunktioniert worden. Tipps kann ich ja nicht geben. Irgendwann treffen wir wieder und ja. Ja. Fühlst du dich links wohler als Stürmer? Oder als Stürmer? Ich fühle mich überall wohl im Waldspiel. Überall wohl. Hauptsache beim Waldhof, oder? So sieht es aus. Okay. Wie lange denkst du, wo brauchst du, um wieder fit zu werden? Ich hoffe, dass es jetzt am Dienstag, dass da Arzttermin und dass es danach wieder geht. Glaubst du, du kriegst gegen Elversberg da eine Chance wieder? Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, dann hoffen wir noch weiterhin den Franzin hier sehen zu dürfen. Den Liebling aller Waldhöfer und ich danke dir recht herzlich.